Oh, jetzt rate mal, was ich heute gemacht habe. Ja, ich habe mich für den Job beworben. Ach so, was ich geschrieben habe? Ja, das Übliche. Dass ich pünktlicher zuverlässig bin. Dass ich Expertin in Konfliktlösung bin. Ja, klar, das habe ich in der Bewerbung auch rausgestellt. Am wichtigsten war den Halt, dass ich teamfähig bin. Aber ich meine, hallo, ich bin ja mal sowas von sozial. Ja, klar habe ich daran gedacht. Ja, ich schütze ja meine Daten. Ich hoffe, du machst das auch. Ich hoffe, du machst das auch. Ja, ich mache dir Folter. Ja, ich will sì. Ich hoffe, du formulierst das insufficient.